Hi Leute, hier ist ein kleiner Fehler aus der Serie How Met Your Mother. Schaut mal gleich, wenn Ted, Marshall und Lily auf der Couch sitzen. Und achtet mal auf den Tisch vor ihnen. Achtet mal genau darauf, welche Sachen da drauf liegen. Habt ihr das gesehen? Nach fünf Stunden haben sich einfach die Sachen geändert, weil einfach komplett andere Sachen standen dann da rum. Ist nur ein kleiner Fehler, aber ist trotzdem, wenn es einem auffällt, ganz witzig. Und da ist es, wenn es einem auffällt, ganz witzig. Und da ist es, wenn es einem auffällt, ganz witzig ist, wenn es einem auffällt, ganz witzig.